Also mal, wie viele Stunden wollt ihr denn eigentlich in der Woche arbeiten? Also auf eine 20-Stunden-Woche hatte ich mich ja beworben, ich wäre aber auch bereit, auf bis zu 25 hochzugehen. Warum wollt ihr jungen Leute nur noch eine 20-Stunden-Woche? Wollt ihr nicht mehr arbeiten und nichts mehr erreichen im Leben? Na, Arbeit ist doch nicht alles im Leben. Und bei einer 40-Stunden-Woche ist vom Leben auch nicht mehr so viel übrig. Sie sind nur noch so jung und können ihre gesamte Energie in die Arbeit reinstecken. Dann können sie auch sowas erreichen wie ich. Also damit ich so ende wie du, überarbeitet, viel Geld, aber unglücklich, nee, danke. Was?